Hoho Leute, heute geht es wieder weiter mit unserem kleinen Lucitano Fohlen. Der Kleine war ja zuletzt schon Level 5 geworden. Das heißt, heute müsst ihr ihr Level 7 erreichen. Ich weiß gar nicht mehr, ab wann sie gewachsen sind. War das schon ab Level 6 oder 7? Ich weiß gar nicht mehr genau. Zumindest kann es sein, dass er heute schon groß wird. Jetzt ist er noch so ein kleines schwarzes Fohlen. Mal schauen. Gehen wir erstmal wieder in den Stall. So, dann geht es erstmal wieder los mit der Fütterung. Erstmal das Heu, das immer in der Raufe aussieht wie eine glatte Fläche. Wasser. Die ganze Tränke, die er auch komplett leer tränkt, der hat schon ordentlich Durst. So, dann kommt wieder putzen. Erstmal abspülen. Schön einseifen. Schön einseifen. Schon geschafft. Jetzt kommen wir zu seinen täglichen Übungsaufgaben. Dann kommt erstmal wieder das Halftertraining. Den Druck nachweichen. Ja, den Druck weichen so. Die ersten Grundschritte der Ausbildung sozusagen. Obwohl, wir können ja sogar schon an der Longe gehen. Aber scheint heute gar nicht zu sein. Dann machen wir erstmal hier. Übertreten lassen kommt heute schon. Also seit Seitwärtsgänge macht er schon schön. Wir fangen schon sehr frühzeitig an, ihn zu gymnastizieren. Oh, falsche Richtung. Oh, jetzt ist er gestolpert. Ja, wir fangen sehr frühzeitig an, ihn zu gymnastizieren. Damit er später ein schönes, bemuskeltes Reitpferd wird. So, und die Grundstücke wieder. Einmal das Kompliment. Das Kopflagen. Das tolle Schaben. Steigen. Oh, das letzte wollte ich. Ne, nochmal nicht. Jetzt aber. Und jetzt ist er erwachsen. Oh, jetzt ist er groß geworden. Jetzt ist er Level 6 und jetzt ist er groß. Jetzt ist er der schöne prächtige Apfelschimmel geworden. Na dann werde ich mal, bevor ich die anderen Übungen mache, hier noch meinen kleinen Mustang nachholen lassen. Da habe ich der Kleine auch erstmal was zu fressen. Komm, du fährst mal dieses Grüne hier. Mal was anderes. Ein bisschen Kraftfutter, damit er ordentlich wächst. Das gleiche wieder. Damit wir dann schön zum Schluss zwei große Pferde haben. Dann putzen wir hier auch mal nach. Dann kriegt er auch seine Ladung Wasser hier. und zum Schluss ebenfalls die Hofe. Und zum Schluss ebenfalls die Hofe. mit. Damit die beiden auch wirklich schön zusammen aufwachsen können. mal wieder aufwachsen. Na heute gibt es manchmal ein bisschen Probleme mit der Erkennung meiner Maus hier. Aber geht ja. Dann kommen die Seitwärtsgänge auch für ihn. Aber er macht das ja genauso gut wie unser kleiner Lucy Tano. Aber er macht das ja genauso gut wie unser kleiner Lucy Tano. So und dann müsst ihr ja auch groß sein. Und nun? Ja, jetzt ist er auch groß. Jetzt ist er auch Level 6 und ist auch groß geworden. Und nun ist auch der Kontrast zwischen den Beinen gar nicht mehr so hoch. Und nun ist auch der Kontrast zwischen den Beinen gar nicht mehr so unterschiedlich. Vorher war es ja richtig ein schwarzer und ein weißer. Nun sind sie ja schon fast ähnlich. Eben ein komplett weißer und eine Apfelschimme. Na gut, von der Statur und dem ganzen Körper und so weiter sind sie natürlich komplett unterschiedlich. Na gut, dann kommen jetzt die Trainingseinheiten mit dem inzwischen großen Light Shadow. Jetzt hat er das erste Mal seine kleinen Hindernisse hier. Ja, hat er auch schön gemacht. Er könnte mit ein bisschen mehr Schwung drüber springen, dass er mit den Hinterbeinen nicht immer noch an die Stangen kommt. Aber für das erste Mal war das schon gut. Dann longieren. Ja, sieht auch schön aus. Gut, das haben wir auch schon. Und dann kriegt er nochmal den Sattel aufgelegt. Uh, das fand er jetzt gerade nicht so gut. Komm nochmal, wir probieren es nochmal. Jetzt. Und schon ist er Stufe 7. Ja, und dann war es das für ihn für heute. Dann mache ich die Übung jetzt noch kurz bei dem kleinen hier. Auch einmal über die Stangen springen. Ups. Aber ich finde, bei den beiden sieht man auch schon den Unterschied. wie der Lusitano z.B. trabt und wie der Mussein dagegen trabt. Also da sieht man schon richtig, wie sich die Pferde bei SSO immer mehr verbessern. So, jetzt kommt auch bei ihm das Longieren. Ja, macht er genauso gut wie der andere kleine. Und zum Schluss bekommt auch er den Sattel drauf. sehr schön. Und nun ist auch er Stufe 7. Na gut, dann können die zwei wieder nach draußen. Ja, und da sind sie nun in groß die zwei hier. Hm. Es haben sich ganz schön verändert. Na gut, jetzt sind es nur noch drei Stufen oder drei Level. Dann kann der schöne Lusitano bei mir ins Spiel ziehen. Also spätestens übermorgen. Morgen wird er auf Stufe 9 kommen. Und am Freitag kann er dann zu mir ins Spiel ziehen. Super, da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber es ist natürlich auch schön, ihn hier im Spiel zu trainieren. Na gut, das war es aber für heute. Ich danke euch wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschau Leute!